So, jetzt kommt endlich mal wieder der Dating-Experte vom Institut für kritische Männerforschung. Warum erscheint es irgendwie plausibel, Männer-Workshops anzubieten, nur mit Männern, wenn es um Dating und Frauen manipulieren und... Selbstbewusst werden ist Frauen manipulieren immer. ...nur unter Männern zu bleiben und kommt diese Szene mit den Perücken später noch, müssen wir da jetzt so weiter... Da kommen wir nicht, glaube ich. Und das ist doch alles mega absurd und bestärkt doch noch diesen Männerbund. Weil wie kann es denn, gibt es irgendeinen plausiblen Grund, warum man nur unter Männern bleibt, wenn das Ziel doch eigentlich ist, alle Geschlechter mit ins Boot zu holen und Frauen kennenzulernen, Inter-, Trans-, Non-Binary-Perspektiven kennenzulernen. Was haben Männer in euren Workshops dazu beizutragen, so ein Verständnis für Frauen zu entwickeln mit solchen absurden Spielchen? Vom Verhungern, vorm Verdursten bist. Da geht es nicht darum, irgendwie jetzt mal ein scheiß Floß zusammenzubauen, um da wegzukommen, um da nicht zu verrecken. Sondern du musst dann erstmal überlegen, da geht es ja erstmal darum, wie ist denn jetzt die Perspektive von Inter-Trans- und Non-Binary-Personen? Ja, das ist ähnlich relevant, wie dann die Perspektive von afrikanischen Hirsebauern auf den Irakkrieg oder auf deine Insel-Situation ist. Ja, Tom Hanks, schäm dich. Baut da einfach sein Floß und Haut von der Insel ab, anstatt erstmal weibliche und Inter-Trans-Non-Binary-Hirse-Perspektiven mit reinzunehmen. Und vor allem gerade beim Thema Dating, wenn du als Mann besser mit Frauen werden willst, ja, Inter-Trans-Non-Binary, du fragst ja auch nicht deinen Gärtner, wenn es um die Steuererklärung geht. Dreimal dürft ihr raten, was da rauskommt, wenn du, außer jemand wie ihn hier, der ja in der gleichen Bubble unterwegs ist und sehr, sehr abgereist und sehr, sehr radikal und dogmatisch, ja, was glaubt ihr, was da rauskommt an Dating-Tipps, wenn du ihn jetzt fragst, wie du als Mann besser mit Frauen wirst und vielleicht überhaupt mal ein Bein an die Erde, an den Boden bekommst. Und dann heißt es, ja, aber dann frag doch wenigstens die Frauen. Das bringt ja aber in der Regel auch nichts, außer die Frau ist sehr, sehr fit in dem Thema, sind die meisten Frauen aber nicht. Denn wenn du jetzt ein erfolgreicher Fischer werden willst oder vielleicht auch mal nur einen einzigen Fisch, den ersten Fisch in deinem Leben an Land ziehen willst, ja, ihr wisst ja, was ich meine, die Übersetzung, vielleicht mal irgendeine Frau kennenlernen, wenn du wirklich dein Leben bisher einsam ohne Frauen verbracht hast, ja, dann fragst du ja nicht den Fisch, wie er gefangen werden will, der weiß ja in der Regel überhaupt nichts davon, sondern dann fragst du halt den erfolgreichen Fischer, wie er es gemacht hat und vor allem einen, der früher unerfolgreich war und jetzt erfolgreich damit ist, ja. Kleine, schamlose Eigenwerbung. Schamloser Mistkerl. So Freunde, es wird immer wilder. Arte zieht weiterhin genüsslich in den Krieg gegen die Männlichkeit. Ich hoffe, das Popcorn ist wieder am Start und let's go. Apropos Kunden, Sven Philipp, was für Kunden kommen denn zu dir? Beziehungsweise, du hast ja auch schon mehr oder weniger gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, durch den gesellschaftlichen Wandel fühlen sich manche so ein bisschen verloren. Aber was ist es denn, das die Männer zu euch in den Workshop tragt oder führt? Also ganz konkrete Probleme oder auch Ziele, die sie einfach haben. Also das sind Männer, die, vor allen Dingen alles, was unterhalb der Gürtellinie vor allen Dingen ist. Das heißt, alles, was mit Flirten zu tun hat, es kommen auch viele Männer zu uns, die Jungfrau sind oder auch sehr lange keinen Sex haben und freiwillig. Und einfach für sich irgendwann verstanden haben, wenn ich daran nichts ändere, dann ändert sich daran gar nichts. Und es kommen auch Männer einfach dazu, die einfach ein voll geiles Leben haben und die sich sagen so, boah, ich habe einfach nochmal Lust, so wenn man es zum Beispiel auf die Dokumentation über den Workshop anspricht, ich habe einfach mal Lust, mich sieben Tage lang rauszunehmen und über mich und meine Männlichkeit nachzudenken. Ja, warum kommen die Männer in einen Männer-Workshop mit Thema Männlichkeit stärken? Ja, weil sie männlicher werden wollen. Ja, weil sie mehr Erfolg mit Frauen haben wollen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Mumm, mehr Charisma und so weiter und so fort. Das ist ja der Klassiker, warum die Männer zu Männer-Coaches wie ihm oder zu mir gehen. Und diesen Männer-Workshop, in Anführungszeichen, habe ich in einem anderen Video schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Ja, habe ich euch hier oben nochmal verlinkt, die Analyse davon. Gerne reinziehen, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, für viel, viel, viel zu weiche Männer noch einen sehr, sehr viel, viel, viel zu weichen Workshop anzubieten. Das heißt, dieser Workshop hier, der von der Energie her, wie ich es in dem anderen Video auch sage, eher von Frauen für Frauen war, der ist jetzt hier in der Sendung der große, toxisch-maskuline Workshop. Absolut albern natürlich. Und solche Sachen wie Kunst gehörten da eher nicht für mich rein. Und das waren aber eher so Dinge, die mich interessierten. Und von daher hatte ich auch immer das Gefühl, falsch zu sein. Ja, dann geht es um die Doku, wo er hier auf dem Männer-Workshop begleitet wird. Und er natürlich sehr, sehr, sehr extrem nerdig und absolut nicht klassisch männlich. Und natürlich wird das da schwer mit Frauen. Willst du sagen, es ist unmännlich, schüchtern zu sein? Weil Henrik scheint es ja so gesehen zu haben. Nee, es ist nicht unmännlich, schüchtern zu sein. Es ist vollkommen normal für viele, viele Männer, auch gerade in seinem Alter oder die auch noch jünger sind. Normal ist es nicht. Natürlich, Schüchternheit ist häufig eine soziale Limitierung aufgrund von Ängsten und Selbstzweifeln. Und als schüchterner Mann hast du es immer schwieriger. Und ja, es gibt Milliarden-Kommentare auf YouTube. Nein, 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 mein Freund ist auch schüchtern und mein Mann ist schüchtern. Und ich stehe doch auf die schüchternen Männer und so weiter. Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Wenn sich die Leute von schüchtern auf ein bisschen mehr outgoing, ein bisschen extrovertierter wandeln, dann hilft das in der Regel. Und Schüchternheit nicht mit Introvertiertheit verwechseln. Kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte schüchtern zu sein? Vollkommen normal, vollkommen verständlich. Es ist in Ordnung, schüchtern zu sein. Ja, sicher bist du in Ordnung und wertvoll als Mensch und so weiter. Darum geht es ja nicht. Aber es macht es halt schwieriger. Das ist so ähnlich, als ob du sagst, es ist in Ordnung, unsicher zu sein und die Hosen voll zu haben. Naja, besser dran arbeiten. Was man mir auch nicht ansieht, ich stehe ja viel auf der Bühne oder ich nehme Videos auf, in mir existiert so ein unbeschreiblich schöner, introvertierter Mann und das ist vollkommen okay. In mir besteht oder existiert so ein unbeschreiblich schöner, was? Man ist nichts Falsches. Das ist wieder hier, Coachingbranche, how to be normal. Sitzt im Fernsehen und sagst, in mir existiert ein unbeschreiblich schöner, introvertierter Mann. Sagt doch einfach, ja, Schüchternheit ist durchaus eine soziale Limitierung, sollte man dran arbeiten. Funktioniert besser mit den Frauen, wenn du das ein bisschen loslässt. Aber wer jetzt introvertiert ist, darf durchaus introvertiert bleiben. Muss aber dann lernen, mehr aus sich rauszukommen und extrovertiertere Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Das ist halt typisch Coachingbranche. Christoph Hendrik hat gesagt, er hat so die klassischen Bilder von Männlichkeit abgelehnt und jetzt drunter gelitten. Was sagst du dazu, wenn du sowas hörst quasi? Warum, wenn er schüchtern ist, wenn du das erkannt hast, warum versucht ihr ihn dann zu bestärken? Warum versucht ihr in den traditionellen Rollen, Männerbildern, die ihm sein ganzes Leben geschadet haben, auch noch zu bestärken? Ja, warum wollt ihr einem Mann helfen, der einfach keinen Erfolg mit Frauen hat, der kreuzunglücklich ist, der geholfen bekommen will? Ja, warum wollt ihr das machen? Warum wollt ihr so jemandem helfen? Warum erscheint es irgendwie plausibel, Männerworkshops anzubieten, nur mit Männern, wenn es um Dating und Frauen manipulieren und... Selbstbewusst werden ist Frauen manipulieren, immer. Beziehungen finden und so weiter geht dann, ist es doch mega absurd, nur unter Männern zu bleiben und kommt diese Szene mit den Perücken später noch? Müssen wir da jetzt rüber reden? Da kommen wir nicht, glaube ich, dazu. Weil es gibt eine Szene bei euch in dem Workshop, wo Männer sich Frauenperücken aufsetzen und dann andere Männer im Grunde die anmachen. Also Männer lassen sich von sich selbst, daten sich selber und dann sollen die Männer darüber urteilen, wie sie diese Anmachsprüche empfinden und... Da hat er allerdings recht. Das war wirklich total beknackt. Und als ihr erwähntes erstes Video von mir. Das ist, wie gesagt, how to be normal, typisch Coaching-Branche wieder. Und das ist doch alles mega absurd und bestärkt auch noch diesen Männerbund, weil wie kann es denn... Gibt es irgendeinen plausiblen Grund, warum man nur unter Männern bleibt, wenn das Ziel doch eigentlich ist, alle Geschlechter mit ins Boot zu holen und Frauen kennenzulernen, Inter-, Trans-, Non-Binary-Perspektiven kennenzulernen? Was haben Männer in euren Workshops dazu beizutragen, so ein Verständnis für Frauen zu entwickeln mit solchen absurden Spielchen? Ja, die Frauen und die Inter- und die Trans- und die Non-Binary-Perspektiven kennenzulernen, das ist das große Ziel. Wenn du noch nie eine Frau hattest, wenn du im unteren Drittel der Männer angesiedelt bist, du hast einfach keinen Zugriff auf Frauen, einfach keine Chance auf Nähe, auf Intimität, hast vielleicht noch nie eine Frau geküsst und angefasst, dann sollte dein Ziel sein, doch erstmal die Perspektive von Inter-Trans- und Schieß-mich-tot-Non-Binary-Leuten mit reinzubringen. Ja, wenn du auf der einsamen Insel gestrandet bist und da kurz vorm Verrecken, vorm Verhungern, vorm Verdursten bist, da geht es nicht darum, irgendwie jetzt mal einen scheiß Fluss zusammenzubauen, um da wegzukommen, um da nicht zu verrecken, sondern du musst dann erstmal überlegen, da geht es ja erstmal darum, ja was, wie ist denn jetzt die Perspektive von Inter-Trans- und Non-Binary-Personen? Ja, das ist ähnlich relevant, wie dann die Perspektive von afrikanischen Hirsebauern auf den Irakkrieg oder auf deine Insel-Situation ist. Ja, Tom Hanks, schäm dich, baut da einfach sein Fluss und Haut von der Insel ab, anstatt erstmal weibliche und Inter-Trans-Non-Binary-Hirse-Perspektiven mit reinzunehmen. Shame on you. Und vor allem gerade beim Thema Dating, wenn du als Mann besser mit Frauen werden willst, ja, Inter-Trans-Non-Binary, du fragst ja auch nicht deinen Gärtner, wenn es um die Steuererklärung geht. Dreimal dürft ihr raten, was da rauskommt, wenn du, außer jemand wie ihn hier, der ja in der gleichen Bubble unterwegs ist und sehr, sehr abgereist und sehr, sehr radikal und dogmatisch, ja, was glaubt ihr, was da rauskommt an Dating-Tipps, wenn du ihn jetzt fragst, wie du als Mann besser mit Frauen wirst und vielleicht überhaupt mal ein Bein an die Erde, an den Boden bekommst. Und dann heißt es, ja, aber dann frag doch wenigstens die Frauen, das bringt ja aber in der Regel auch nichts, außer die Frau ist sehr, sehr fit in dem Thema, sind die meisten Frauen aber nicht. Denn wenn du jetzt ein erfolgreicher Fischer werden willst oder vielleicht auch mal nur einen einzigen Fisch, den ersten Fisch in deinem Leben an Land ziehen willst, ja, ihr wisst ja, was ich meine, die Übersetzung, vielleicht mal irgendeine Frau kennenlernen, wenn du wirklich dein Leben bisher einsam ohne Frauen verbracht hast, ja, dann fragst du ja nicht den Fisch, wie er gefangen werden will, der weiß ja in der Regel überhaupt nichts davon, sondern dann fragst du halt den erfolgreichen Fischer, wie er es gemacht hat und vor allem einen, der früher unerfolgreich war und jetzt erfolgreich damit ist, ja. Kleine, schamlose Eigenwerbung. Schamloser Mistkerl. Also, jetzt hast du eine Kette an ungefähr sechs, sieben Fragen gestellt, die werde ich jetzt nicht und das ist halt, das ist ein bisschen schwierig, weil da eine Menge Suggestivfragen da drinne waren und wenn ich jetzt selbst, wenn ich nur eine Frage davon beantworte, bleiben die anderen sechs sozusagen vorhanden und so. Ja, da hat er recht, hat ihm 20 Sachen vorgeworfen und X und Y, ja. Manipulativ, Überraschung. Irgendwie vielleicht genau draufkommt. Also, ich kann dir gerne einzelne Fragen da gerne, gerne beantworten, weil wir haben uns das sehr, sehr viel gedacht. Die Hauptfrage wäre, wie ist es plausibel, dass ihr nur unter Männern bleibt und das Männerbünde schon im Grunde bestärkt dadurch, ne? Ja. Ja, alle Männerbünde sind ja grundsätzlich schlecht. Selbst wenn das die liebsten Menschen unter der Sonne sind, das muss aufgebrochen werden. Da müssen Intertrans und Non-Binary und Hirsebauer Perspektiven mit rein. Der Krieger, der Liebhaber, der Magier. Ja, das kann ich dir beantworten. Das hat vor allem... Da sind sie natürlich hier auch selbst dran schuld, wenn sie dann den Krieger und den Liebhaber unter so ein Zores veranstalten. So gimmicky stuff, wie ich es in dem ersten Video genannt habe. Das lädt natürlich auch shit von außen ein. Allerdings kann man auch jeden Workshop so zusammenschneiden, dass das chaotisch ist. Aber hier war es halt besonders leicht, weil lauter dieser peinliche Coaching-Kram dabei war. Also zielorientierte Gründe. Es gibt zwei Hauptgründe dafür. Der erste Grund ist eine ganze Palette an, wenn Männer nur unter Männer sind, sind sie tendenziell mehr. Und ich wünschte auch, dass das anders wäre. Aber die Realität ist die, dass sie sich tendenziell sehr viel mehr öffnen. Das ist für jemanden, der da mit dem Problem nichts zu tun hat, vielleicht so, hm, ja, ganz interessant, warum eigentlich nicht und so weiter. Aber das sind, also es sind emotionale, schwierige Zustände, wo es Männern sehr viel besser und sehr viel einfacher fällt, einfach mal darüber zu reden und das große Schweigen zu brechen, dass irgendwie das Gefühl ist, dass jeder Mann irgendwie großartig und toll ist und nur ich nicht. Du kannst doch ein Seminar unter Männern machen, ja, ein Workshop unter Männern, ist doch wurscht. Ein Workshop unter Frauen, ist doch wurscht. Was ist denn da so schlimm dran? Ja, nur weil es Männer gibt, die sich dann zusammenrotten und dann wirklich toxisch werden, deshalb ist jetzt jede Männerrunde automatisch schlecht oder was, also was ein Kindergarten. Wenn Frauen dabei sind, fangen Männer an und Frauen auch, aber bei Männern, ich nenne es mal so, Gockelverhalten an den Tag zu legen. Das heißt, sie fangen an zu versuchen, die Frau zu beeindrucken, sie fangen an, sich zu verstellen. Und ich würde auch am liebsten in einer perfekten Welt leben, wo das nicht notwendig ist. Die Erfahrung zeigt, dass wenn, und das ist meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung mit den Männern, die ich habe, wenn man einen Raum nur für Männer aufmacht, dass Männer endlich mal anfangen, über die Sachen zu reden, die sie wirklich, wirklich belasten. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist der... Darf ich ganz kurz dazusprechen? Aber in 4000 bis 6000 Jahren Patriarchat haben Männer es nicht offenbar zustande gekriegt, sich mal zu öffnen und emotional eine halbwegs ausdifferenzierte Gefühlsprache zu machen. Das ist ja meine Arbeit, Macher, weil das offensichtlich ist ja nichts Neues. Warum sollte das jetzt in euren Gruppen anders sein? Ja, also vor 4000 Jahren war es schlecht, vor 1000 Jahren war es wild mit Männern in Gruppen. Deshalb ist heute jeder Workshop, auch wenn da noch so heftige Nice Guys sind und noch so liebe Männer. Das ist einfach nicht möglich. Das ist dann auf jeden Fall toxisch. Warum sind da immer Männer untereinander? Ist das nicht sehr rassistisch? Vor allem, er hat doch die Doku gesehen. Er weiß doch, was in dem Workshop passiert ist, dass das wirklich eine so harmlose, viel zu liebe, nette, gefühlvolle, seichte Energie war. Da kommen ja jetzt keine toxischen Männer hin. Da kommt ja jetzt nicht Hakan vom McFit, dieses Klischee aus dem Meme an den lieben Editor. Vielleicht kann man da sowas einblenden. Vielleicht kann man dann da sowas einblenden oder so. Warum machst du es denn nicht? Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Na gut. Ja, da kommt ja jetzt nicht Hakan vom McFit oder irgendwelche wirklich problematischen Männer hin, um sich zu resozialisieren. Denn diese Männer haben ja, witzigerweise, vor sich jetzt kommt Realität, überhaupt kein Problem mit Frauen. Zumindest Frauen zu bekommen. Chaos ist dann natürlich auch noch und nöcher. Aber diese toxischen Männer, die haben ja immer Frauen. Die bekommen ja immer Frauen. Deshalb, es wird ja so getan, als wären da nur toxische Männer auf diesem Workshop gewesen, die dann von ihm hier, der sehr hart und toxisch ist, weint da in der Talkshow. Von ihm werden sie jetzt noch härter und toxischer gemacht. Das ist doch, das ist kurz vor der ausufernden Gewalt. So wird es ja hier getan. Dabei war das wirklich ein weiches, weiches, weiches Yoga-Retreat. Von dem her, was wir hier gesehen haben. Total albern. Ich sage ja sogar, dass dieser Workshop hier viel zu weich war. Diese Männer müssten mal toxischer, in Anführungszeichen, werden. Und jetzt natürlich nicht wirklich toxischer, sondern mal männlicher, ein bisschen härter und so weiter. Dieses klassische Rollenbild, ein bisschen Leistung, ein bisschen härter. Dieses Indianer kennt keinen Schmerz, das wird hier nachher noch verteufelt. Das ist schon durchaus in Ordnung, wenn man das auf eine gesunde Art und Weise macht. Natürlich kannst du jetzt keinem Kind sagen, hier, Indianer kennt keinen Schmerz. Du darfst jetzt nichts fühlen und darfst nicht weinen und darfst nicht traurig sein, was den Jungs auch teilweise erzählt wird. Das ist natürlich negativ. Ja, aber natürlich geht es da auch nicht drum, bei Jungs und bei Männern den ganzen Tag über Gefühle zu quatschen und mit den Gefühlen den ganzen Tag im Kontakt zu sein und so weiter und so fort. Sondern es geht eher darum, zumindest wenn du ein glückliches Leben führen willst und Erfolg bei Frauen haben willst und dir vielleicht eine Frau auch aussuchen willst und nicht die eine nehmen musst, die eine, die nicht Nein gesagt hat, da geht es natürlich auch darum, ein bisschen klassisch männlicher und ein bisschen härter zu sein. Und bei Rückschlägen schneller aufzustehen und auch schnell mal drauf zu sagen, komm, scheiß der Hund drauf, ich stehe wieder auf, mache einfach weiter, lerne aus meinen Fehlern und so weiter und so fort. Eine gewisse Härte, eine gewisse Kompetenz, eine gewisse Dominanz, ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Charisma, eine gewisse schamlose Misskerlichkeit ist schon in Ordnung. Alles das, was diese feministische Knalltüte mit der Mütze hier toxisch nennen würde, das ist durchaus in Ordnung. Und was gibt es dann wegzulassen? Wie immer einfach nur diesen wirklich toxischen, den gewalttätigen Part. Das liegt aber nicht daran, dass jemand eine klassische Männlichkeit an den Tag legt. Denn wenn du das positiv machst, dann hast du natürlich keinerlei Bock auf Gewalt, weil dein Selbstbewusstsein auf der Kette ist und du musst dich nicht künstlich durch irgendeinen Quatsch erhöhen oder Chaos produzieren und so weiter und so fort, sondern lebst einfach dein Leben, machst das Beste draus, richtest dich selbst zur vollen Größe auf, inspirierst auf dem Weg dahin gerne noch andere, vielleicht gründest du ein Unternehmen oder schaffst was Sinnvolles, Selbstständiges und lebst ein gutes Leben und rettest auch eine Frau vor einem toxischen Bad Boy vielleicht. Oder, wer ein bisschen schamloser ist, gerne auch regelmäßig mehr so Frauen davor retten. Denn jeder gute Mann mehr bedeutet ja, dass die Frauen dann bei ihm landen und nicht bei irgendwelchen wirklichen toxischen Arschgeigen. Deshalb, es gibt, zumindest was diese Sendung hier anbetrifft, überhaupt nichts zu tun. Und natürlich gibt es einiges zu tun noch, denn die Männerschaft entfernt sich ja immer mehr davon, was ich jetzt gerade erzählt habe. Diese angenehme Mischung, der augenzwinkernde, schamlose Mistkerl, den die Frauen gut finden und wo die Männer sich auch gut fühlen, den gibt es ja heutzutage kaum noch, weil wir 30, 40 Jahre am Stück Radikal-Feminismus reingeballert bekommen haben. Und ganz so radikal war das nicht die ganze Zeit, aber die letzten 15 Jahre, das wird ja immer schlimmer. Denn so eine Talkshow hier, es sitzen da sieben Frauen, sag ich jetzt mal, es sitzt da nur weibliche Perspektive, siebenmal. Und es wird dauernd erzählt, wie toxisch männlich hier alles ist und so weiter. Und alle sind sowas von politisch korrekt und tanzen da auf Eierschalen durch die Talkshow. Es ist einfach fürchterlich. Dann wird immer noch gesagt, ja, die Männer sind alle toxisch und so weiter. Das ist doch kein Wunder, dass die Männer komplett verunsichert und durch den Wind sind. Und dann auch, wenn sie immer erfolgloser mit Frauen werden, irgendwann immer grantiger und dann tendenziell, potenziell irgendwann wirklich toxisch werden. Weil irgendwann flippst du natürlich aus, wenn du gar keinen Zugriff auf Frauen hast. Als man irgendwann kommt, dann die männliche Natur, die zwar auch Brücken baut, aber sie auch wieder in die Luft sprengt, die kann dann durchaus durchkommen bei Männern, die nicht entwickelt sind. Das heißt, die eigentlich ziemlich einfache Lösung wäre einfach zum klassischen Männerbild zurück. Minus Gewalt. Das heißt, das, was ich immer empfehle, sich zu von Größe aufrichten. Ein positiver, schamloser Mistkerl werden, der überhaupt kein Bedürfnis nach Gewalt hat, weil er seine Selbstbewusstseinsdinger auf der Kette hat. Natürlich, das ist das Einzige, was zu tun ist. Sieht aber natürlich fast keiner einfach so. Ja, weil, guckt euch die Medien doch an. Guckt doch an, wie so eine Talkshow hier abläuft. Und egal, welche Talkshow du abends anmachst, du wirst ja keine männlichen Perspektiven da finden, zumindest keine gesunden männlichen Perspektiven, sondern die Mainstream-Medien sind vollgeballert mit politisch korrektem Geseier. Von morgens bis abends kriegst du nur noch weibliche Positionen reingeballert. So eine klassisch positive, gesunde, männliche Perspektive gibt es nicht in den Medien. Und in Hollywood-Filmen und diesem toxisch-männlichen Netflix, wie er im ersten Teil erzählt hat, der ist unser Lieblings-Chaot hier, da gibt es auch keine stoische positive Männlichkeit mehr, keine männliche Männlichkeit mehr. Das heißt, das ist ein rares Gut heutzutage. Und das wird immer mehr, je mehr der Radikalfeminismus im Mainstream Einzug erhält. Und solche Chaoten hier in den Talkshows unhinterfragt das Wort gegeben wird, das wird immer schlimmer werden. Und deshalb, andererseits vielleicht auch ganz gut, weil du es dann unheimlich leicht hast, in die Top 20 Prozent und auch in die Top 10 Prozent der Männer reinzukommen. Du musst ja nur ein bisschen schamlose Misskehrlichkeit auf der Kette haben. Ja, jetzt schamloser Pitch wieder. Wer da Infos zu haben will, wer da Hilfe benötigt, bei der guten Mischung gerne mal hier oben draufklicken und gerne zum kostenlosen Erstgespräch anmelden. Der schamlose Misskehr schlägt auch noch Profit aus dem Unglück der Männer. Ja, natürlich will ich auch Männern helfen. Ja, ich sehe schon wieder die Unken-Kommentare. Immer diese Fitnesstrainer, die mit dem Übergewicht der Leute Profit machen. Das ist ja absolut unmoralisch. Was ich in meinem Buch Politische Männlichkeit ja gezeigt habe, ist, dass Rechte, und da kann alles drunter sein, Rechtspopulisten bis hin, also über Rechtsextreme bis hin zu Rechtsterroristen auch, sich zusammentun mit religiösen Hardlinern, Fundamentalisten, katholische Hardliner wie beispielsweise in Polen, in Italien, in Frankreich, Evangelikale wie in den USA. Und dann wiederum diese beiden Gruppierungen zusammenkommen mit Maskulinisten, also Pick-up-Artists, das sind Männer, die sich in Workshops das Wissen vermitteln, wie man Frauen für Sex manipuliert, oder Incels. Ja, die rechtsradikalen Pick-up-Artists. Ja, wenn du jetzt einen Workshop machst, wie werde ich besser mit Frauen? Da bist du genau in dem Sumpf, was sie da jetzt alles erzählt hat. Herrlich, herrlich, sein Gesicht war da jetzt passend. Das ist alles genau dasselbe. Über die ist jetzt viel gesprochen worden, ne? Sprechen wir, glaube ich, auch später nochmal drüber. Genau. Putin, Trump, Hitler und so weiter, Pick-up-Artists. Ja, natürlich gibt's Arschgeigen bei den Pick-up-Artists auch, ne? Und Frauen für Sex manipulieren, ja? Das wird immer so dargestellt, du sagst dann drei Sprüche, und dann wollen dann alle Frauen mit dir Knick-Knack machen, ja? Als wenn du nicht irgendwie auch ein bisschen das im Kreuz haben müsstest und das Selbstbewusstsein auf der Kette haben musst. Ja, und natürlich gibt's auch Taktiken und Tricks und Sprüche und so weiter. Aber du kannst jetzt nicht jeden Incel, jeden Nerd, ja? Jetzt, wie ich's auch in der Doku gesagt hab, ja, du kannst jetzt nicht diesen Hendrik, der da dokumentiert wurde, einfach auf die Straße schicken mit drei Sprüchen und dann kann er da Frauen zum Knick-Knack manipulieren, wie's immer gesagt wird, ja? Die Frauen haben keinerlei Ahnung, hier, Frau Bolken-Kuckucksheim hier, hat natürlich keinerlei Ahnung davon. Ja, Frauen zum Knick-Knack manipulieren, ja? Es soll ja auch so sein, dass Frauen Bock auf Knick-Knack haben. Ja, ganz wilde Ansicht von mir. Soll's ja ab und zu geben, dass Frauen sagen, hm, ja, wenn da ein cooler Typ ist, da hätt ich auch mal Bock auf Knick-Knack. Was? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ja, wie weltfremd willst du wieder sein? Was ist das für eine Bewegung? Du sprichst ja auch in deinem Buch darüber. Jetzt kommen die Incels. Genau, das ist ein Kofferwort aus involuntary und celibate. Das sind also Männer, die unfreiwillig sexuell enthaltsam leben. Und warum gibt's sie denn? Warum gibt es diese Männer? Hat da der Radikalfeminismus und der generelle Feminismus der letzten 30, 40 Jahre, der es halt ruckzuck übertreibt und alles, was männlich ist, als verachtenswürdig beschreibt, vielleicht auch einen Anteil dran. Und vor allem die letzten 15 Jahre. Ja, hier der ausufernde Hardcore-Feminismus in Form von diesen beiden Spezialisten hier. Ja, natürlich gibt's irgendwann eine Gegenbewegung. Ja, und wenn du als Mann, wie gesagt, kein Bein an die Erde bekommst mit Frauen, und dann wirst du irgendwann stinkig. Trotzdem sehe ich das auch ein bisschen kritischer als viele meiner Mit-Coach-Kollegen, diese Insel-Schiene. Das kann durchaus auch in heftigen Frauenhass umschlagen, was man dann in den Kommentarspalten auch auf diesen Kanälen und teilweise bei mir auch sieht, was mir auch nicht gefällt. Denn das ist kein lockeres, männliches, stoisches Selbstbewusstsein, wenn man zum Frauenhasser, zum wirklichen Frauenhasser wird. Jetzt, wo sie aber wieder sagen würde, wenn du mal ein bisschen Witz machst, oder was ich hier erzähle, sie sagen natürlich direkt Frauenhasserschaft, ganz klar. Und das tun sie, also sie geben dafür nicht sich selbst irgendwie die Schuld und ihren mangelnden sozialen Kompetenzen. Und das wäre so ein wichtiger Punkt, finde ich, mangelnde soziale Kompetenzen, sondern sie geben einfach kollektiv den Frauen die Schuld, meinen, dass sie einen Anspruch auf Sex haben, der wird nicht erfüllt, und deshalb hassen sie Frauen und haben in der sogenannten Manosphäre, also in so Dauern. Das gibt's auch, aber natürlich gibt's jetzt auch Tücken des weiblichen Säugetiers, die man kennen muss und die damit verursacht. Ja, du kannst das nicht so monokausal sehen. Nur die Männer und die mangelnden Social Skills sind dran schuld. Das ist schon auch das weibliche Säugetier, was auch so ihre Tücken und Eigenarten hat. Ah, ab in die Hölle. Müsste eine lustige Steinigung natürlich werden. Ja, Frauen, was? Frauen, sie könnten an dir irgendwas schuld sein? Oder mit Schuld, teilschuld sein? Ja, ab in die Hölle. Ist das nicht sehr rassistisch? Stark-Foren im Internet eine Bewegung gegründet, die halt bis hin zu Anschlägen auf Frauen begeht, die extrem misogyn ist, Gewalt verherrlicht. Und das... Ja, welcher Teil jetzt davon? Ja, ich will dann genau wissen, das kann sie jetzt vielleicht in der Kürze auch nicht erzählen, aber welcher Teil veranstaltet da jetzt was? Ich denke, keiner, der noch halbwegs bei Verstand ist, würde Gewalt gegenüber Frauen irgendwie rechtfertigen wollen. Ja, aber dann alle Pick-up-Artists und auch hier der liebe Jungen in dem lila Shirt gegenüber, der schlägt dann auch in die gleiche Kerbe. Ja, der sitzt ja da in der Show und muss dann diesen Quatsch über sich ergehen lassen für seinen Nice-Guy-Workshop. Ja, der wirklich eher dazu designt wäre, toxische Männer untoxischer zu machen. Dafür wäre der Workshop gut, aber um viel zu seichte, viel zu Liebe, viel zu harmlose, viel zu schüchterne, viel zu ängstliche Männer mal zu ordentlichen Männern zu machen, wo die Frau ausdacht, der ist doch ganz gut, da gebe ich die Nummer raus oder treffe mich auf ein Date. Dafür ist das nicht der richtige Workshop. Dafür müsste der noch viel toxischer und härter sein, um Gottes Willen. Ja, wo sie jetzt direkt ausflippen würde und sie daneben, also er daneben, Entschuldigung, auch es daneben. ...ausgestrahlt inzwischen und die sind halt, das haben wir bei der Wahl von Donald Trump gesehen, dass die zusammen mit den Pick-up-Artists einfach eine der Gruppierungen waren, deren Stimmen abgefischt wurden von der... Die Pick-up-Artists, das ist jetzt eine politische Bewegung neuerdings. Und ja, natürlich, was natürlich der Fall ist, ist, wenn du jetzt Bock auf Frauen hast, wenn du jetzt nicht komplett mitmachst bei diesem völlig wild gewordenen Radikal-Feminismus, der immer mehr Einzug erhält, dieses Social Justice Warrior-tum, wenn du da keinen Bock drauf hast, ja natürlich bist du dann auch im Schnitt nicht absolut linksradikal. Ja, weil ein bisschen Realität und so weiter, das beißt sich halt mit der Linksradikalität. Und natürlich sind das aber jetzt auch nicht alles Rechtspopulisten und was weiß ich, das sind ganz viele ganz normale Leute. Ja, wenn ich in meine Klientschaft gucke, die haben alles, die schmeißen sich, wir schmeißen uns da drüber weg, über diese Sendung hier natürlich, auch die Frauen natürlich. Und das sind ganz normale Menschen, ganz tolle, intelligente, clevere, herzliche, liebe, friedvolle Menschen. Das ist jetzt ihrer Meinung nach, ist das wahrscheinlich alles, ja, keine Ahnung, was rechtspopulistisch ist, gesagt, ganz normale, ganz normale Leute. Alt-Right-Bewegung und, ja, und das ist so ein bisschen, ganz normale Leute, die vielleicht halt nicht jeden linksradikalen Quatsch in den Medien glauben, der einem da eingetrichtert wird, sondern vielleicht auch mal da sitzen und sagen, hm, ist das so realistisch, ist das so rational? Funktioniert das? Hat das mit der Realität auch zu tun? Weil das ist ja auch noch so eine Frage, Achtung, Trigger-Warning, was funktioniert in der Realität? Welcher Mann wird von Frauen gewollt? Ja, aber das ist ja gut, das machen die Frauen natürlich nicht wegen der Biologie, weil ein männlicher Mann einfach attraktiver ist, genau wie eine hübsche Frau einfach attraktiver ist. Nein, das ist, das ist das Patriarchat. Kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Da kommen halt ziemlich viele zusammen, die also aus eigentlich sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagern, aber sie haben halt Männlichkeit als Ideologie, als gemeinsamen Nenner, als Kitt quasi. Da hättest du jetzt auch sagen können, Biologie als Ideologie. Ja, Männlichkeit, ganz normale Männlichkeit und Weiblichkeit. Männlich zieht weiblich an, ist doch nichts Verkehrtes dran. Aber man muss ja, wenn man keine Lust auf Arbeiten hat, habe ich so den Eindruck, muss man sich hier sowas oder das Institut für kritische Männerforschung aus dem Boden stampfen. Wie gesagt, wenn sie dann hier Männern hilft, die wirklich gewalttätig sind, da Licht ins Dunkel zu bringen, dann habe ich da, wie gesagt, nichts dagegen. Das ist ja sinnvoll. Männer, zumindest sie, die gewalttätig sind, müssen sich ändern, natürlich. Aber friedliche Männer, die einfach nur Männer sein wollen und vielleicht ein bisschen Bock auf Frauen haben und eine tolle Frau für sich gewinnen wollen oder auch mehrere Frauen, das ist absolut in Ordnung. Wir haben noch einen Kommentar und da schreibt LR, das betrifft jetzt wieder Sven, deine Workshops. Ich habe oft das Gefühl, dass ich Frauen gegenüber nur dann attraktiv genug bin, wenn ich sehr typisch männlich auftrete, wenn ich so bin, wenn ich so bin, Patriarchat, keine Biologie. Also wenn ich so bin, wie ich bin, dann sehen mich die Frauen nur als den netten Kerl an und schieben mich ganz schnell in die Friendzone. Ja, sei einfach du selbst, ich bin so, wie ich bin. Wo wieder ganz viel Illusion dahinter steckt. Wer bist du denn schon? Das, wo die meisten Männer sagen, ja, ich bin aber einfach so, wie ich bin, ich will mich nicht ändern für die Frauen. Oder wenn ich dann sage, ja, werdet mal selbstbewusst, dann heißt es in den Mainstream-Kommentaren natürlich immer, ach, sich da verstellen für die Frauen, sei doch einfach du selbst. Die Leute haben ja keine Ahnung von Psychologie, wie da was Psychologie überhaupt ist. Natürlich kannst du nicht einfach 30 Jahre leben, noch nie richtig vernünftig mit einem, ja, professionellen Coach oder Psychologen an dir rumgedoktert haben und dann sagen, ja, ich bin so, wie ich bin, ich will einfach so bleiben, wie ich bin. Ja, das, was du da bist, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ja, das ist 30, 40 Prozent Mama, 30, 40 Prozent Papa, dann noch 30, 40 Prozent hier wild gewordene Medien und wenn du da zusammenrechnest, da bleibt nicht mehr so viel übrig. du hast doch den ganzen Stammbaum und die ganze Programmierung auf den Schultern sitzen und dann da zu sagen, das bin ich, ich will einfach so bleiben, wie ich bin. Das ist ja authentisch, ja, auch wenn sich das noch so authentisch anfühlt, weil du 30 Jahre da reingelebt hast, das ist doch Quatsch, das ist doch Kindergarten. Das ist doch Quatsch. Judäische Volksfreund Quatsch. Und alle so, boah, ist der authentisch. Aber, ja, wüsste die breite Masse über irgendwas vernünftig Bescheid, auch zum Thema Psychologie, dann wäre sie ja nicht die breite Masse. Und wenn ich einen auf hart mache, dann habe ich mehr Erfolg bei den Frauen. Ist das so eine Rückmeldung, die du auch bekommst von den Teilnehmern deiner? Ja, selbst wenn du auf hart machst, da hast du auch nicht immer mehr Erfolg, wenn empfehle ich schon, es auch zu sein, es zu werden, eine wirkliche Persönlichkeitsentwicklung. Nicht, ich mache jetzt mal auf hart, ich verstelle mich mal, ich habe ein paar Sprüche und so weiter, sondern du musst das schon im Kreuz haben. Du musst das aktiv trainieren und das kann auch trainiert werden, natürlich. Und natürlich funktioniert das besser, wenn du ein männlicher Mann bist, weil männlich zieht weiblich an und dazu müsste vielleicht auch männlich und weiblich vorhanden sein, diese absolut toxischen Stereotype, die ich da in meiner Rübe habe, die 200.000 Jahre funktioniert, haben nur jetzt seit sieben Jahren auf einmal bitte nicht mehr sein dürfen. Es ist so, als wenn du sagen würdest, für die Frauen ja, Übergewicht ist scheißegal, wenn du 130 Kilo wiegst, ist ganz egal, wenn du unweiblich bist, unangenehm, männlicher Kampfpanzer noch dazu, das ist nicht negativ, das funktioniert genauso gut, das ist doch total weltfremder Quatsch. Aber um weltfremden Quatsch zu erkennen, müsste man ja Realität als Realität erkennen und zulassen und wertschätzen auch. Aber Realität bedeutet ja wieder, man müsste sein Institut zumachen. Das ist auch ein Spannungsbogen, den meiner Meinung nach viele Männer haben, also vor allem die Männer, die natürlich auch zu mir kommen. Ich habe jetzt keinen großen Überblick über die Männer, ich habe vor allem den Überblick über die Männer, die zu uns kommen. Die Lady hier, die wird so richtig, so viel nerdiger du wirst, als man, je nice guy mäßiger du wirst, da wird die sagen, wow, da fühle ich richtig Attraction. Ich fühle einfach die Anziehung. So läuft das. Und wenn das nicht so läuft, wenn sie sagt, nee, ich will aber einen richtigen Mann haben, ich finde das irgendwie geil, wenn Männer männlich sind, irgendwie mein innerstes Wesen schreit danach, einen männlichen Mann zu haben. Ja, sorry, Lady, dass ich dich jetzt hier zweckentfremde dafür, ich toxischer Mistkerl. Ja, wenn das so passiert in ihr, wenn da die Säugetiermechanismen am Werk sind, dann sind das keine Säugetiermechanismen, da lüge ich jetzt. Biologie gibt es nicht, das soll bitte reformiert werden, sondern sie ist ja auch im Patriarchat aufgewachsen und deshalb glaubt sie nur, männliche Männer zu mögen. Eigentlich mag sie ja das sensible Weichei von heute. Und das ist der Spannungsbogen, dass so... Ja, sorry, liebe Lady, falls ich dir da Unrecht getan habe und du hast den liebsten, nerdigsten Nice Guy mit der Eisenbahn im Keller und so weiter und so fort und der Briefmarkensammlung. Autsch, das ist geil. Ich bin der liebste und beste Mensch. So gut wie alle, fast alle von denen, keinen Bock mehr auf das alte Rollenmodell haben. Wirklich, die sagen so, boah, nee, das nicht. Dann folgen sie einem emanzipierten... Politisch korrekt, keiner von seinen Kunden hat Bock aufs alte Rollenmodell. Ja, das ist vielleicht das Problem. Deshalb läuft es da vielleicht nicht. Deshalb geht es da vielleicht nicht vorwärts mit den Frauen. Denn das alte Rollenmodell ist durchaus in Ordnung und jetzt nicht die Frauen an den Herd und bla bla bla. So alt meine ich es natürlich nicht, aber alt im Sinne von älter als sieben Jahre. Ja, ein paar Jahre alt. Einfach ein ganz normaler Typ, ein ganz normaler Frau sein und dann trifft man sich und hat Bock aufeinander oder nicht. Und dann gehst du in eine Beziehung ein oder hast was Lockeres am Start. Je nachdem, wonach euch der Sinn steht. Ganz normale Menschheit. Auf Deutsch toxisches Patriarchat. Ja, natürlich nicht hier die Frauen an den Herd zurück und gewalttätig und so weiter und so fort. Der ganze Quatsch, der dann direkt reininterpretiert wird. Ja, es ist ja auf einem unterirdischen Niveau hier. Jetzt guckt euch den Kanal doch an. Und Arte, da gab es schon so gute Dokus und so gute Videos auf dem Kanal und gibt es auch ab und zu. Aber bei diesem Thema absolute Katastrophe. Ich komme mir hier vor, als würde ich Leute aus dem 12. Jahrhundert beim Diskutieren zugucken. Ja, auf welchem Niveau die GEZ-Medien, wofür wir alle gerne zahlen, freiwillig gerne zahlen, hier diskutieren. Das ist eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Indem sie vor allen Dingen zurückhaltend, nett sind und bloß auf keinen Fall dominant und kriegen dafür vielleicht ganz, ganz viele so Likes und Händeklatschen. Aber wenn sie flirten, rennen sie gegen eine Wand und hören halt zum 20. Mal, oh, du bist zwar nett, aber lass uns Freunde bleiben. Du wirst mal eine Frau ganz, ganz glücklich machen. Bitte, 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 nicht mich. Oder sie sind in der Beziehung und die Frau sagt, oh, kannst du nicht mal ein bisschen dominanter sein? Ja, ja, aber die sind ja gehirngewaschen vom Patriarchat, die Frauen, die das wollen. Das ist nicht Biologie und Säugetier, dass man sagt, ich will einen Mann haben als Frau oder dass du als Mann sagst, ich will eine richtige weibliche Frau haben. Nein, das gibt es nicht. Das ist Quatsch. Ihr wisst, dass so ist. Ich habe einfach in den Coachings gehabt, dass die Männer zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben, meine Freundin sagt zu mir, ich soll mehr dominant sein und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und im krassesten Fall, das hat ja auch der Stefan in der Dokumentation erzählt, im krassesten Fall sagt die Frau nach fünf Jahren oder zehn Jahren Ehe, übrigens Schatz, dann nicht mehr Schatz, ich lasse mich scheiden, ich nehme die Kinder mit, ich habe mir eine Anwalt genommen. Das sind krasse Geschichten. Und dann geht dieses Rollenbild des emanzipierten Mannes, und das läuft gegen eine persönliche Wand in der persönlichen Erfahrung. Und das führt zu einer krassen Verunsicherung. Das heißt, dazu muss es eine Lösung geben und das ist die Lösung, die ich versuche anzubieten. Ich merke gerade, dass du sehr emotional bist bei diesem Thema so. Ist das aus deiner persönlichen Geschichte auch raus? Ich lebe nicht in Scheidung. Ich meine, das sind so zwei Sachen. Auf der einen Seite, das sieht man leider nicht, ich bin tatsächlich sehr emotional und ich neige gut zum Weinen. Das ist auch was, was viele Männer, zum Beispiel am Tag zwei, wo es um das Thema ... Dieser toxische Mann, heult da in der Talkshow. Ist jetzt vielleicht auch als Männercoach nicht deine Aufgabe, da in der Talkshow rumzuweinen. Er ist halt ein lieber Kerl und hat dann wahrscheinlich Mitgefühl mit seinen Klienten. Das ist ja durchaus in Ordnung auch. Aber ist dann die Frage, ob man dann Männlichkeit stärken drüber schreibt. Wenn drüber stehen würde, komm in Kontakt mit deinen Gefühlen, werde ein emotionalerer Mann. Wenn das dann unter Männlichkeit verstanden wird, dann habe ich da kein Problem mit. Aber Männlichkeit stärken, damit das mit den Frauen besser läuft. Ja, da darfst du gerne in die durchaus schamlosere, misskerligere Richtung gehen, damit das gut funktioniert. Trotzdem, ja, ein lieber Kerl, wollen wir jetzt nicht zu viel drauf rumhacken. Also jetzt hier auf der Erika rumhacken, das finde ich nicht ... Was, Arnie, das will doch keiner auf die Erika rumhacken, auch wenn sie es ganz gerne hätte, dass endlich mal wieder einer auf ihr rumhackt. Lirum, larum, das war doch ein Scherz. Ja, und wo er natürlich recht hat, ist ja klar, wenn du ein Nice Guy bist, du kriegst mit Frauen kein Bein an die Erde und irgendwann hast du dann die eine am Hals, die eine, die nicht Nein gesagt hat. Und die nimmt dann die Kinder und das Haus mit. Weil mit dir kann man es ja machen. Du bist ja ein Nice Guy. Wenn Frauen auf dich runtergucken müssen, was bei Nice Guys, bei toxischen Nice Guys und bei untoxischen Nice Guys der Fall ist, dann machen sie es mit dir. Wenn du den Glaubenssatz hast, mit mir kann man es machen, dann wird es mit dir gemacht. Und das will natürlich hier Kollege Radikal-Feminismus und KollegIn daneben, ja, die wollen nur noch so Männer haben. Ja, das wird hier so dumm und gemorrer, wenn die Männer noch mehr so werden. Dann stürzen sich noch mehr Frauen auf das paar Prozent der oberen Männer, die noch klassisch männlich sind und auch teilweise dann toxisch sind, weil sonst einfach keine Auswahl mehr da ist. Ja, das ist das untere Drittel der Männer, wird dann irgendwann das untere 50 Prozent, irgendwann das untere 70 Prozent, wenn das immer schlimmer wird, wenn die Männer immer klassisch und männlicher werden, immer mehr feministisch und im Ringelshirt und so weiter. Du kannst als Frau, wenn du auf Männer herabschauen musst, musst, wenn du keine Chance hast, ein bisschen zu ihm aufzuschauen oder zumindest auf gleicher Höhe und im positiven Sinn zu ihm heraufschauen. Kannst du keine Attraction entwickeln. Das ist völlig logisch, völliger Pille-Palle, aber Arte weiß es nicht. Die Chaoten hier, die Knalltöten in der Talkshow, wissen es natürlich nicht, weil es toxisches Wissen ist und auch gar nicht stimmt. Natürlich, das ist nur vom Patriarchat übernommen. Das sind Stereotype überkommende Rollenbilder, die doch bitte abzulegen wären. Auf Deutsch Realität. Wenn ich hier groß geworden, dann sieht man mich dort, wo ich im Prinzip die ganze Zeit einen Vortrag halte und so eine Riesenpackung Cewa durcharbeite währenddessen. Und halt viele Männer das erste Mal auch in den Kontakt kommen, dadurch, dass ich das auf der Bühne so offen mache, dass sie sich dann auch mal trauen, ihren eigenen Schmerz zu fühlen. Also es ist dieses Zugang zu den Gefühlen, was ja in den klassischen Männlichkeitsbildern so ganz oft halt weggegeben wird. Wie gesagt, das wäre dann ein Workshop für toxische Männer und nicht für Männer, die sowieso so viel im Kontakt mit ihren Gefühlen sind und dann auf jedes Gefühl hören, ach, hier habe ich ein bisschen Angst, da handele ich nicht, hier bin ich zu schüchtern, da handele ich nicht. Ja, das ist ja das Problem der meisten Männer heutzutage. Das Problem der meisten weichgespülten Männer heutzutage ist ja nicht, dass sie ja zu toxisch sind, sondern dass sie viel zu weichgespült sind und auf jedes verdammte Gefühl hören und vor allem Gefühle, die dann mit sich selbst verwechselt werden, die aber aus dem Stammbaum stammen oder hier aus den Medien stammen. Wenn du sowas den ganzen Tag guckst, diese haarsträubende Runde hier und davon erzogen wirst, dann ist der Vater oft noch abwesend. Ja, wer erzieht denn die ganzen Männer von heute? Die Frauen größtenteils und KindergärtnerInnen. Ja, da sind ja keine klassisch männlichen Einflüsse mehr und deshalb werden die Männer zum Nice Guy. Und wenn das lange so geht, dann werden sie irgendwann, wenn sie stinkig werden, zum toxischen Nice Guy. Und das kann dann in Richtung Incel. Und das können auch ganz liebe Männer sein, natürlich, die Incel natürlich. Aber das kann auch dann in Richtung ungesunde Gewalt durchaus gehen. Ja, und was wäre die Lösung? Männliche Vorbilder. Ja, darf aber nicht passieren in den Filmen. Sind natürlich alles jetzt mittlerweile Weicheier. Oder wenn es noch männliche Männer in Anführungsstrichen sein dürfen, dann sind es trotzdem keine männlichen Männer, sondern sind so Labertaschen, wie das bei Deadpool ist. Also nur Scheiße labert. Die ganze Zeit nur Blödsinn labert. Und albern ist und praktisch so die, ja, die Vorstellung, wie sich ein zwölfjähriger, pubertierender männlichen Mann vorstellen würde. Ich weiß, was geil heißt, was mega, was hip und was abgefahren ist. Ja, der stoische Mann ist nicht mehr gern gesehen. Und deshalb gibt es Probleme mit den Frauen. Weil Frauen stoische Männer mögen. Ja, und da wieder eine positive Form von männlichem Stoizismus. So, jetzt kommen noch ein paar sehr genüssliche männliche Privilegien. Wie gut wir es doch haben. Achtung. Ich habe gesehen jetzt, 75 Prozent der Suizide in Deutschland werden von Männern begangen. Also es trifft es häufiger Männer als Frauen. Wie kommt das? Ja, was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn 75 Prozent der Selbstpunktungen von Frauen ausgehen würden? Dann wäre es das Patriarchat und was weiß ich. Ja, da würde der Ausnahmezustand ausgerufen. Aber wenn es die Männer sind, ja, ja, dann sind das die toxischen Rollenbilder oder die Männer sind einfach selbst schuld und fertig. Da muss nichts getan werden. So, dann wird der Tag des Kriegers auf dem Workshop gezeigt und er zieht sich nach dem alle, warum auch immer, nackt in den See rennen mussten und rumschreien mussten, zieht er sich dann sein Ringelshirt danach an als Krieger. Also so Krieger ist ja das, womit ich mich so gar nicht identifiziere, weil ich eigentlich eher der Typ bin, der Konflikten aus dem Weg geht, leider. Und jetzt fühlt sich das so an, ja, das ist die Qualität, die ich brauche und die mir dann natürlich auch am schwersten fällt. Ja, er wird richtig zum toxischen Mann auf diesem Workshop gemacht. Guckt ihn euch doch an, also kurz vor der Gewalt, ganz kurz davor. Ja, ganz klar. Es geht um die, dieser Emotionsdiskurs wird in dem Augenblick ein Abwehrdiskurs, wenn er nicht parallel einhergeht mit einer Kritik an den Strukturen. Und das sehe ich in diesen Seminaren nicht. Es geht um Selbstbestärkung, es geht um Emotionen, um über Gefühle sprechen. Ich empfinde, ehrlich gesagt, erlebe ich, sehe ich auch Männer, die kaum eine aussoffizierte Gefühlsprache haben in diesem, die sind alle ganz hilflos und die wirken alle ganz... Ich lade dich ein. Ja, die sind alle ganz hilflos. Ja, warum denn? Weil sie kein Bein an die Erde bekommen mit Frauen und unsicher sind und unmännlich sind. Ja, deshalb sind die ganz hilflos. Genauso wie er natürlich auch hier. Er hat natürlich noch den Schlauchschwätzer mit an Bord. Einfach mal diesen Männern noch zu unterhalten. Genau. Also wenn du da wärst oder es gibt ja auch andere Angebote en masse, wenn du als einem Forschungsgeist dahin gehst und dich mit diesen Männern unterhältst und mitbekommst, was für ein emotionales Spektrum die gewinnen dadurch, dann ist das schon klar, dass du das dir nicht vorstellen kannst, aber dann könntest du sozusagen in den Realitätsabgleich damit gehen und mitbekommen... Das merkt man, dass ihn der Realitätsabgleich nicht interessiert. Das ist das Problem. Schade. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Männerberater, Jungberater. Ich werde auch immer angefragt und dann muss ich mir erst klarstellen, nein, ich bin Wissenschaftler und ich bin... Es gab Psychologe als Wissenschaftler. Ich erzähle nicht coachen. Ich kann, ich halte ehrlich gesagt nicht viel von dem... Es gibt bisher keine nachweisbaren Studien, dass Coaching eine langfristige Wirkung hätte, irgendwie, aber es fühlen sich alle wohl. Ja, das bringt überhaupt nichts. Du kannst dein Leben nicht umkrempeln. Und das Hauptproblem, was ich sagen wollte... In der Psychologie ist generell Quartel. Mein Punkt war, dass das Problem... Ja, da lacht er zurecht. Das Problem ist, dass in diesen Emotionsdiskosen, das kann man in der Doku sehr gut sehen, keine Kritik an den Strukturen... Genau, du machst da einen Männerworkshop. Wie wirst du besser mit Frauen? Wie stärkst du deine Männlichkeit? Und dann bringst du erstmal ein bisschen Hirsebauer hinter, intertrans, non-binary mit rein. Und dann wirst du unheimlich politisch. Das hat da unheimlich viel zu suchen auf so einem Männerworkshop. Anstatt halt zu lernen, ja, wie wirst du denn ein besserer Mann? Wie lässt du deine Ängste fallen? Wie wirst du deine übertriebene Schüchternheit los? Wie schaffst du mehr Selbstbewusstsein, mehr Lockerheit, mehr Humor, mehr Positivität, ein bisschen mehr Charisma, eine bessere Ausstrahlung, eine bessere Körpersprache? Wie kommst du mit Frauen besser klar? Wie geht Flirten? Wie funktionieren Beziehungen? Was ist Sexualität? Wo sind deine negativen Glaubenssätze? All diese toxischen Konzepte, die bitte rauslassen und jetzt nur irgendeinen Feminismusquatsch da labern. An den Strukturen da rumdoktern. Vor allem er ist ja Radikalfeminist, er will ja Equality of Outcome, was völliger Humbug ist. Absoluter Quatsch. Brauchst du keine drei Sekunden drüber nachdenken, warum das Quatsch ist, dass überall alles 50-50 sein muss. Außer natürlich, wie immer, bei Kriegsgräbern und Drecksjobs. Da bitte nicht 50-50. Natürlich immer nur bei schönen, angenehmen Jobs. Geführt wird, das heißt, letztlich bestärkt gehen die Männer aus diesen Seminaren raus, fühlen sich bestärkt, gehen rein in ihre, haben die Strukturen aber nicht aufgelöst und gehen zurück in ihre Männerbünde. Wofür soll das... Diese toxischen Männer, dieser Hendrik aus der Doku, der geht dann in seine Männerbünde, seine 20, 30 Männerbünde, die er da hat und ist dann noch gewalttätiger danach natürlich. Das ist eine Illusion, weil die grundlegende Kritik, die ich durch unsere Art und Weise und auch von der Bühne heraus durchaus gebe, ist die Kritik, und auch an wirklich traditionellen Männerrollen im Sinne von die Männer, die da hinkommen, die haben einen Prozess hinter sich, nämlich den Prozess hinter sich, nicht einfach zu sagen, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ich muss sich nach dem Weg fragen, ich kenne den schon. Das ist ein Prozess dahinter, der halt nicht vermittelt wird. Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und dir den Weg drauf schaffen, dass du nicht immer danach fragen musst, das ist schon sinnvoll. Wenn du da noch nicht bist, dann den Schmerz zulassen, akzeptieren, bearbeiten und so weiter, das gleiche mit den Emotionen und auch nach dem Weg fragen, da brichst du ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn du nachfragst und Hilfe in Anspruch nimmst von Coaches, von Therapeuten und so weiter, wenn du da noch bist, aber das ist natürlich nicht das Ziel, da zu bleiben und immer weiter im Schmerz drin zu bleiben, sondern das Ziel könnte ja sein, das Ganze zu überwinden und zu einem freien Mann zu werden, der sich zur vollen Größe aufgerichtet hat und dann vielleicht auch tagsüber ein bisschen Luft und Raum und Zeit dafür hat, um was Vernünftiges zu schaffen. Und wenn du ein Unternehmen schaffst, vielleicht auch ein paar Leute anzustellen und vernünftig zu bezahlen. Absolut toxisch natürlich. Oder halt ein guter Typ zu sein, dass die Frauen mit dem Flirten sagen, es gibt doch noch ganz normale, angenehme, schöne Männer. Susanne, nochmal vielleicht dich auch reinzuholen nochmal in die Runde. Wenn wir jetzt gesehen haben, es gibt einen Tag des Krieges, es gibt auch noch einen Tag des Lieber, des Königs, welcher spricht dich am meisten an jetzt, ohne jetzt viel am Workshop teilgenommen zu haben, auch vielleicht so. Ich bin ja immer interessiert an Menschen, deshalb leider keiner von diesen Typen. Wenn du fragst jetzt eine Radikalfeministin, fragst du, welchen Typ Mann findest du gut? Das ist, als wenn du einen Frauenhasser fragst, welche Art Frau findest du gut? Das ist totaler Quatsch natürlich, das bringt doch hinten und vorne nichts. Das kannst du, wenn du Frauen anquatscht, wenn du Frauen im Alltag kennenlernst, statt über Tinder, die reagieren dann garstig und biestig und lassen dann raus, dass sie feministisch geprägt sind. Das wäre dann nicht so überraschend, dass sie vorher garstig und biestig reagiert haben. Es gibt Frauen, vor allem die, die diesem linksradikalen Woken, Feminismus, Social Justice, Soraya-Spektrum zuzuordnen sind, die reagieren allergisch auf positive, angenehme Männlichkeit. Deshalb ist es ja noch wichtiger, eine positive, angenehme, schamlose Mistkerlichkeit, Männlichkeit auszubilden, weil dann die schrecklichen Frauen, die dir das Leben sowieso zur Hölle machen würden, absolut negativ drauf reagieren und die kannst du direkt aussortieren natürlich und nimmst einfach Frauen, die noch nicht so gehirngewaschen sind von dem aktuellen Mainstream und die einfach positive, angenehme, weibliche Frauen sind. Und da kannst du dann eine gute Beziehung oder was Schönes, Lockeres mit zusammen aufbauen. Und falls es rum sein sollte, dann trennt man sich halt wie Erwachsene und nimmt sich vielleicht nicht gegenseitig die Kinder und die Häuser weg. Ich halte auch nicht so viel davon, dass man aus Menschen versucht, Typen zu machen, also, ja, oder Männer. Charakter, Ausstrahlung, Charisma, Humor und so weiter. Nee, nee, es muss ja alles gleich sein, es muss ja alles Equality sein, 50-50, ne? Männer sollen bitte das genauso wie Frauen sein und, hm, warum fliegt uns das denn dann ständig so krass um die Ohren? Wie kann das nur sein, dass uns das um die Ohren fliegt? Verrückt. Wenn gar keine Polarität da ist, die Leute haben überhaupt keine Ahnung von Mann und Frau, wie das Zusammenspiel da läuft, ja? Das ist Hunderttausende Jahre alt. Das funktioniert nicht aus den letzten fünf Jahren heraus und so sollte es sein und in Wolkenkuckucksheim auf meinem Elfenbeinturm hätte ich das gerne so. So ist dann bitte Anziehung, so läuft das bitte zwischen Mann und Frau, so läuft das natürlich nicht. Das ist doch keine Realität. Wir sind Säugetiere. Wenn jetzt die hochentwickelten Aliens kommen, die würden sich genauso wie wir hier schlaplachen über diese Talkshow und wahrscheinlich sagen, guckt euch das menschliche Säugetier an, was die da mit sich selbst veranstalten und die sind sehr gut darin, die Realität auszublenden und sich als was Höheres hinzulabern, anstatt einfach die Realität wahrzunehmen und auch die Realität wahrzunehmen, dass das menschliche Säugetier im unentwickelten Zustand doch sehr, sehr gefährlich auch ist und schnell gewalttätig wird. Vor allem die Männer werden dann schneller gewalttätig und die Frauen haben eben andere Formen von Gewalt. Da ist es dann im Schnitt eher die Manipulation. Habe ich wieder Nuanciertheit mit reingebracht. Frauen sind nicht immer 100% wonderful, dieser Women are always wonderful Effekt. Frauen ab in die Hölle. Man sieht, wie Hendrik kämpft, damit ein Mann zu sein. Warum kann er nicht einfach Hendrik sein und so lernen, mit anderen Menschen umzugehen. So und jetzt kommt der Oberknaller, jetzt kommt die Expertin Deutschlands für kritische Männlichkeit. Ja, aber weißt du, wenn er nie in Austausch kommt mit Frauen, ich glaube, er müsste sich einfach mit Frauen umgeben, wenn man jeden Tag mit Frauen zu tun hat, dann sind die gar nicht mehr so komisch. Die Erfahrung, die die Männer machen, die diesen Weg probieren, ist die, dass sie zum 20. Mal gesagt bekommen, lass mal Freunde bleiben. Das ist das ganze Problem. Hätte er diese Stereotype nicht im Kopf und könnte er ganz normal mit Frauen umgehen, dann, weißt du, das macht diese Situation so cringe. Also, dass man ständig in der Situation ist, man muss jetzt eine Frau ansprechen. Warum kann man nicht einfach mit Frauen ganz normal zusammenarbeiten, sich abends in der Kneipe treffen? Weißt du, da ergibt sich viel mehr, als dass man auf irgendeiner Kirmes so ein Herz überbringt. Ja, warum trifft er sich nicht einfach mit Frauen abends in der Bar? Sagt sie einem Typen, der offensichtlich im unteren Drittel der Männer angesiedelt ist, von der Begehrtheitsskala. Woher soll er diese Frauen denn nehmen für die Bar abends? Das ist so ähnlich, als wenn du einem Obdachlosen sagst, ja, wieso triffst du dich denn nicht einfach mit ein paar Millionären in einem schicken Restaurant? Dann hast du es doch. Wo soll er die Frauen denn hernehmen für die Bar abends? Das ist doch gerade das Problem. Das ist der typische Elfenbeinturm aus der radikal-feministischen Ecke hier. Susanne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie weltfremd willst du sein? Ja. 17 also. An der Stelle machen wir dann hier nochmal einen Cut. Ich muss in drei Minuten zum Coaching und mein toxisches Weltbild da weiter verbreiten. Deshalb machen wir hier nochmal einen Cut und gegebenenfalls noch einen dritten abschließenden, etwas kürzeren Teil. Ich glaube, am Ende kommen noch ein paar genüssliche Feminismus-Klopper natürlich. Und wann ist ein Mann ein Mann? Brauchen wir diese Frage überhaupt noch? Und so weiter. Da sehen wir uns dann gerne im dritten Teil. Wer extrem toxisches Coaching in Richtung schamlose Misskerlichkeit oder für die Frauen was ähnliches haben will, der guckt gerne mal in die Videobeschreibung und kommt gerne zum kostenlosen, schamlosen Erstgespräch. Bis dann. Haut rein. Alles Gute. Ciao. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020